Am Campingplatz? Ja. Ist doch schön. Papa! Ihr führt euch auf wie so eine voll frumme Bärenbande. Papa, den habt ihr schon mal auf den Späckchen? Ja. Na komm her aufs Nähe! Stand ja ganz standardmäßig da. Ah! Na komm her, meine Güte! Der ist ein Spielzeugpudel. Der ist ein Spielzeugpudel. Der ist ein Spielzeugpudel. Der ist ein Spielzeugpudel. Eieieiei. Hast du einen Döffel abgegitten? Ich habe Flieses, aber nichts. Hast du einen Döffel abgegitten? Du sitz dich doch mal auf meinen Schoß. Papa, ich bin jetzt voll Zeit, Mama. Da geht doch kaputt, Edu! Da sind Steine drin! Da sind kleine Steine. Das ist ein Schäferhund. Das ist ein deutscher Schäferhund. Und der ist ein Pultocker. Ja, Pultocker. Das weiß ich nicht. Amerikan. Schwarz... äh äh... Chateau... Sagt mir nichts. Sionesisch. Das ist eine Französische, die Chateau-Katzel. Ei, ei, ei. Seit wann kriegen die Franzosen Katzel? Die Franzosen sind Katzelmacher! Der... der... Wir kennen doch einen Franzosen. Der heißt Pascal. Der hat auch eine Katze da rein. Ich kenne mehrere Franzosen, die Pascal essen. Wer? Ja. Wer ist das? Ich kenne dich nicht. Das ist typischer Franzose schon, oder? Ja, wird häufig verwendet. Papa, der hat... Wie alt ist die? Sechs Jahre? Hm... Weiß ich nicht. Du weißt es doch. Du hast gut erfahren. Ja, mag schon sein. Redo, kommt nicht auf mein Gesicht. Schau dir mal den herrlichen Sonnenschein da drüben an. Ja, herrlich. Jetzt wird es langsam kühl, gell? Ja, okay. Es wird etwas kühler. Aber es ist immer noch warm. Wo? Wo ist meine Decke? Mach es euch warm, ich glaube. Einmal mein. Einmal mein Flatterfisch. Wieso? Bin ich deine Wärmflasche, oder was? Eno, komm her. Nee. Schau dir was. Eine halbe Flasche Wein muss schon sein für den Papa. Wir sind doch hier nicht am Ballermann. Eine halbe Flasche Wein an dem Ballermann am See. Ich will ja einen Ballermann. Ballermann, Ballermann, Ballermann. Wo wollen wir uns denn? Ballermann? Ballermann. Ballermann. So, jetzt will ich was sagen. Also ich kann nur das Bier aus Eimann. In Schottland, Irland. In der Kanne. Eine Kanne Bier bitte. Geh, Alter, sagst du auch. Wer bist denn du? Was machst du da? Mama, das behalte ich. Ich bin deine Baby. Wie heißt sie? Du bist meine Babyschnecke, du Verräter. Du bist der Mama ihr Babyschnecke. Nein, ich bin deine. Und außerdem so dunkel gefärbt, wie du bist, kannst du nicht mein Kind sein. Schau dir mal an, wie braun du bist. Dreck. Dreck nennt man das. Ja. Hast du dich in Tonerde gewälzt oder was? Oder in brauner Erde. Wir haben ja einen Felsen umgeklemmert. Ja, ja. Und wie war denn das? Ja, der ist braun im Gegensatz zu mir. Schau dir den mal an. Ja, ich bin aber auch nicht braun. Und? Schau dir mal deine Kinder an, wie braun die sind. Wir waren die nicht so braun. Ich wäre auch nicht so braun. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie machst du denn da rumgefügeln? Wie ist so, dass du fremd gegangen bist? Ja. Wie hieß denn der Sänger natürlich? Der immer gesagt hat, warte mal, was hat denn der immer gesagt? Was? Wir sind Roberto Bronco. Roberto Bronco. Dein Auto kann vorne mit einem Auto nur stehen. Alles Glauco. Aber warum kann ich nicht mein Kind sein? Lange im Juni auch. Ach, bitte. Was machst du denn mit deinem Auto? Das ist ja so schön. Ach, ja. Das ist Nuhe Elfer. 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 Nur die freundlichen Namen immer nicht merken. Nuhe Elfer. Nuhe Elfer. Nuhe Elfer. Nuhe Elfer. Das ist Nuhe Elfer. Was weiß ich. Die Spane. Ich stehe in Spane und sauf mir die Birne voll Scheiße. Und der Reißverschluss funktioniert auch nicht. Ja kacke. Ja und? Scheiß auf die Zuschauer. Die sollen auf die Werbung nicht zuschauen. Was? Das ist verordnet. Ja ich will ja Geld verdienen. Hey Freunde, ich brauche im Monat 1200 Euro. Das ist das Minimum was wir brauchen. Okay? Okay. Dann kommt der Motor Seidel. Was? Der kommt doch nicht. Ja, ja. Dieser schwarische Stürz. Johnny. Oh, da ist ein Monat. Da kommt gleich ein Monat. Aber was für eins. Das ist ja interessant. Oder hält der An und fährt zurück. Nee, von der ist ein Monat. Der fährt nicht zurück. Nee, der fährt weiter. Irgendwo, wo war ich raus? Kannst du meinen? Ich meine, ich gucke mir. Ich gucke mir nicht. Aber das ist eine schöne Säule hier. Ja, was weiß ich. Wir haben gesehen, dass hier schon belegt ist. Ja, das ist noch weiter. Wir haben gesehen, da sitzen noch ein paar verrückte... Ja, noch. Na, die sind da wohl noch nicht hin. So ist es ja auch. Na ja, der Witz ist halt. Ich würde ja einen Knall abholen fahren. Aber ich bin ja schon interessieren, was für Jugend das sind. Ja, die da so unterwegs sind. Ja, die da so unterwegs sind. Stimmt, die Neugörder. Ja. Bei Indioden. Der Mann sagt, Indioden ist auch relativ, ne? Weil wenn ich mir so die Indioden anschaut, die sich da tatsächlich versklaven lassen und dann dir noch einreden. Genau das ist der richtige Weg. Ja. Nur versklaven lassen, dann... Das ist noch mal sein tägliches Wort. Ja, das ist tägliche Problem. Wenn ich einen Job habe oder was habe, was mir Spaß macht, dann ist ja okay. Ja, bis zum großen Grad. Aber dann muss der Spaß auch noch bleiben. Das haben sie eben schon in der Mehrheit der Vollbuckler-Sklaven. Ja. Ja. Na vor allem das Büro zur Arbeit, das war nichts von mir. Also Freunde, auf alle Sklaven dieser Welt. Servus. Ja, servus. Ja, servus. Servus Sklaven. Servus Sklaven. Servus Sklaven. Servus Sklaven. Was haben die erwischt? Reiß ihm die Nase raus. Wir leben in Saus und Braus. Mach ihm doch die Nase ab, so hier. Komm, gib mir deine Nase, Lars. Schau, da ist die Nase schwer. Du willst doch die vom Papa gestürzt haben. Gib mir deine Nase! Geh mir deine Nase! Juno hat wieder sein Auto. Zeig es mal hin. Jetzt muss ich deine Nase aufsetzen. Die Kamera hat mein Auto jetzt im Film. Ja, das ist richtig gut, das Auto. Vorsicht, Juno, nicht so nah hin. Bleib weg, du siehst doch jetzt nicht mehr. Das ist weit oben, komm hier. Guck, guck. Na schade, wir könnten uns nicht beim Aufstehen selber... Hey, Alter, komm mal her. Rina, komm mal her, Alter. Gib mir mal das Auto her, dann muss dein Papa mal... Ich hab mal eine Frage. Moment, Moment. Also Freunde, dieses moderne Huber-Truber-Pillow-Mobil hat ein Papa gebaut für seinen Sohnemann. Das ist super schick. Und jetzt ist es ein super schicker... Knicker. Knicker! Ja, wir könnten uns doch beim Aufstieg da oben nicht filmen. Wenn wir eine... Hey! Hey, Rina! Nehm mal auf, jeder auf. Wenn wir eine GoPro aufnehmen... Ja! Wenn wir zu stabil beim Aufstieg... Nee, die filmen kannst du ja nicht. Du kannst nur den Aufstieg filmen. Wie willst du das machen, dass die Stell bei uns das sagen? Stell! Halt auf, jeder! Mann, ihr seid ja total verdammt! Papa, mach das bitte noch mal! Aua! Papa, mach das bitte noch mal! Papa, mach das bitte noch mal! Sehe ich aus wie bescheuert, oder was? Mama, mach das bitte noch mal! Ja? Ja? Wenn die in der Höhle sind, so Beifüge, alles nicht sicher. Ja? Die filmen aber nicht sich selber, die filmen... Papa, du hast auch... Was vorwärts ist. Papa! Mach das! Ich bin mal auf der Seite! Da ist der Wälder. Ich bin mal auf der Seite, das ist der Wälder. Was ist das? Lähääähäähähähähäh! Das ist der Wälder. Ist der Wälder? Aber... Ehhah! Jetzt ist der Wälder. Was ist das geklärt? Das war ein Rülpsülpsülps. Ein Rollsack. Schnecke, wo bist denn du mein... Wo sind die Schnecke? Das ist klar. Schnecke! Der ist schon wieder im Schlamm. Rino! Ja, renn, 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 renn! Rino! Du bist doch unsere Schreste! Rino, du machst das kaputt! Tu es wieder rein, das schöne Auto! Rinn, renn, renn, renn! Rino, tu es wieder rein! Rino, tu es wieder rein! Rino, tu es wieder rein! Ich stehe im Wald mit einem Kalt und mache mir nun ein Rindsdiefel Zwei der Motorrad! Aaaaaaau! Aaaaaaau! Aaaau! Du musst nicht von den Rad fahren. Schau mal, der war schon direkt drin. Nimmst du weg, du Sauk. Das ist eine Wüte, weißt du das? Wino, wenn du jetzt noch mal... Wino, gib die Eisenbahn her. Komm her, komm her. Ich gehe auch nicht mit dem Rad. Papa, jetzt noch Mama Torrad. Aber halt, bis gut zuerst. Also jetzt fangen wir erst mal an. Du hättest aber nicht getan, dass du Motorrad fahren. Den Baffin und den Denker. Papa, ich will jetzt mal Torrad ein. Hey, das ist zu gefährlich für dich. Gib mal die auf den Eisenbahn. Also wenn wir anfangen. Guck mal, gib mal das, das ist gut. Schau, da ist ein Motorrad. Ja, das ist ein richtiges. Guck mal. Dann geh mal auf den richtigen Motorrad fahren. Dann geht es. Guck mal. Guck mal. Wo hast du denn? Wurrg'sauer gemacht. Hör auf! Komm her. Guck mal hin. Wino, komm her. Auf Sammann und da hat man... Also, pass auf. Als erstes fahren wir an. Jetzt frisch! Noch mal! Noch mal anfangen! Noch mal! Noch mal! Nein, es reicht jetzt! Einmal noch und dann ist es vorbei, ok? Also, jetzt fahren wir los! Noch mal! Nein, es reicht! 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 So! Das ist ja fischend, Mann! Und dann bin ich wieder mit dem Motorrad verloren! Nur das letzte Mal! Ihr seid ja wohl bescheuert! Das gefällt Ihnen! Noch einmal! Und vor favor! Das gefällt Ihnen! Und vor favor! Und vor favor! Und rasieren! Also! Achtung! Wir fahren los! Bremsen! Der Rino will auch noch mal fahren! Jetzt! Achtung! Vorsicht! Moment! Her mit den! Ja! Ja! Halt halt still! Du musst dich beim Motorrad gut festhalten, Rino! Sonst fällst du runter! Ja! Lässt die Hand einmal das! So! Jetzt geht die Motorrad nicht! Achtung! Nee! 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 Butsch! Das ist noch nicht! Fiş! Nö, es reicht jetzt! Was heißt? Ich bin kein Sklave, ich bin kein Sklave, ich bin kein Sklave, ich merke euch das! Das ist nicht der Kalta. Das heißt, dein Papa hat einen neuen Zauber umar. Ich will nu kör mucha fahren, Sophie! Das hier unten erklärt es den Leuten! Eine kleine Lateinstunde oder was? Eine kleine Lateinstunde. Jetzt müssen wir auf, jetzt machen wir mal eine hügliche Strecke. Geh mal weg, Sophie. Jetzt müssen wir eine hügliche Strecke fahren. Kurvenbereich und hüglich. Ja, bleib halt da mit deinem Arm. So, jetzt da. Brems! Brems! Na, freig aber! Also, Moment. Noch mal losfahren? Ja! Brems! 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 Kommst du zur Mama auf den Schoß, Marie? Ja! Mach es! Brems! Wir fahren schnell los! Wir fahren schnell los! Was ist jetzt los? Noch mal, Papa! Was tut weh? Noch mal, Papa! Was tut weh? Was haben wir getan? Noch mal, Papa! Opo! Noch mal! Der hat bessere Sitzfleisch! Oh, der hatte Sitzfleisch! Ich hab bessere Sitzfleisch! Noch mal! Oh! Oh! Ich werd immer wenn angegriffen! Ich werd immer wenn angegriffen! Von irgendeinem kleinen Parian! Ich werd immer wenn angegriffen! Ja! Komm, lass mal los das mal! Einmal noch und dann ist vorbei! Okay? Was wird natürlich wieder gut das? Ich hoffe, dass wir das bekannt machen! Es ist so hart geworden! Ja! 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 Vielen Dank.